Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Half-Life 1. Ich hatte vorhin gerade etwas Schwierigkeiten mit der Aufnahme und darum habe ich diese Szene nicht mehr aufgenommen, wo ich auf den Rohren bis hierhin hüpfe. Weiter bin ich noch nicht gekommen, zum Glück habe ich das noch rechtzeitig gemerkt. Also dann drehen wir mal das Rad, dann geht das Zeug hierzu. Hüpfen da rein. So, da rüber. Wir wollen ja speichern erstmal. So. Ach. So, und hier. Genau. Langsam runter. So. Was ist das? Äh. Gibt es hier noch was? Antifesser kann man schlagen. Da ist sicher noch was drin. Ach, nur HP. Ja, das kann ich jetzt auch nicht mitbauen. So, dann gehen wir mal weiter. Und schon wieder Let's. Energie. Oh, die Szene. Okay, da hinten ist noch der G-Man. Hallo G-Man. Ähm. Okay, wir müssen den Zug da rüber transportieren. Das aber jetzt nicht geht. Soweit ich das weiß. Oh. Ups. Okay. Naja. Also gehen wir erstmal hier den Gang entlang. Power Generator ist... Hallo. Ist da unten. Da komme ich jetzt nicht mehr hin. Okay, da will ich jetzt nicht mehr hin. Autsch. Was sind so lästige Viecher. So, das war die... Oh. Und die falsche Waffe. Ach, die Schrottflinte ist so schlecht auf die Distanz. Ah, Mist. Da ist er vorbei gekommen. Äh, jetzt mal gucken, was ist. Durchwerfen, HG. Ah, guck mal an. Leiden wir erstmal uns an. HGV. Aufzug. Äh, Anzug wieder auf. Also, wenn du für Energie sorgst, dann bringt uns der Zug direkt bis zur Oberfläche. Ich würde es selbst versuchen, aber es ist verdammt weit bis runter zum Generatorraum. Und da sind, ähm, Öldinger sind da unten. Gut. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob ich hier noch was machen kann. Ah, okay. Aber man darf es doch nicht so schnell. Au. Track Power ist off. Also, wir müssen erstmal die Track Power wieder herstellen. Äh, dazu speichere ich erstmal. Geh mal hier noch. Ah, okay, von da bin ich gekommen. Okay, wir müssen mal hier unten gucken, ob ich hier irgendwo den Strom einschalten kann. Für die Gleise. Ah, Mann. Der Dicke da oben, der macht aber ganz schön kaff hier. Ah, ups. Ja, da paren sich die Headcrabs sogar. Bei dem der. Also, Track Control von Power Generator. Mal machen wir da hin. Äh, was nehme ich als Sekundärwaffe? Hm, passt. Hä, haben sie... Die haben sich jetzt gerade selbst zerstört. Okay. Sollen uns nicht weiter aufhalten. Gehen wir mal... Ah, ja. Okay, das sieht schon ganz gesund aus. Da unten ist vermutlich nichts mehr. Ähm, hier ist noch... Okay. Okay. Da wollen wir auch nicht rein. Äh, nein. Jetzt kommen wieder Soldaten oder was? Ja. Oh, Mann. Okay, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt einmal unsere... Pistole auszuprobieren. Beziehungsweise unsere andere Evolver. Wo ist er denn? Ja, hat er sich jetzt versteckt oder was? Naja, wir gehen da einfach mal rauf. Dann werden wir jetzt sehen, wo der ist. Äh... Okay, da ist noch eine Selbstschussanlage. Oh, und eine Granate. Takk. Okay. Und... Nochmal wiedergabt. Ich werfe da mal eine Granate. Okay. Dann laden wir schnell die HP auf. Und... Oh, nein. Da ist noch einer. Ach, und nochmal eine Granate. Oh, mein Gott. Jetzt lade ich aber nein. Das kann es nicht sein. Hoffentlich bin ich jetzt nicht so weit. Ah, okay. Also, den Evolver. Brauchen wir. Jetzt nur noch warten, bis der kommt. Okay. Ups. Schade. Der Jot ist ja direkt hoch, glaube ich. Nein! Oh, Mann. Ich muss echt mehr aufpassen. Also. Äh. Ich stecke fest. Das Schild ist zu dick. Das Schild ist ja direkt hoch, glaube ich. Ups. Okay, das hat nicht funktioniert. Nochmal. So. Wir hätten auch noch für die... Für das MG... Granatwerferaufsatz. Hier kann ich nichts mehr machen. Da wird nichts mehr gesendet, anscheinend. Äh. Gehen wir mal weiter. Das mal speichern. Und da kommt der Ladebildschirm. Okay. Das kann auch interessant werden. Ich hätte auch einfach auf die... Auf die Kisten schießen können. Trottel. Dass ich das nicht seh. Naja, egal. Gehen wir mal hier hoch. Hier unten. Okay. Dann mal weg von der Kisten. Okay. Also. Da müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Äh. Wie mach ich denn das jetzt? Die anderen sind... Die kommen noch nicht, oder was? Gehen wir mal erstmal hier runter. Ach, da ist noch Granaten. HP. Das ist ja praktisch. Okay. Äh. Mal speichern. Ja, klasse. Headshot. Äh. Kein Headshot. So. Schnell weg hier wieder. Oh. Hallo. Mein lieber Herr. Ja. Okay, der ist dumm. Und der nicht. Oh, je, je. Wenn ich das mal heil überstehe. Gehen wir erstmal rechts. Der lebt noch. So. Was macht denn das? Ne Pfitteln. Äh. Ach so. Komm wieder zurück. Komm wieder zurück. Ah, okay. So. Zum Glück habe ich den zuerst genutzt. Hier scheint nichts mehr zu sein. Vielleicht auf der anderen Seite noch. Ah. Praktisch. Wenn man es dann sieht. So. Das ist noch Muni. Ach. Schade. Das ist Munition für die Pistole. Kann ich leider nicht mehr brauchen. Oh, ups. Okay. Gibt es hier noch was? Nee. Okay. Schießen wir jetzt mal hier auf die Kiste noch. Vielleicht kommt noch was. Ah. Ah. Das sind dann die Minen, die ich sie vorhin auch gelegt habe. So. Also dann. Äh. Kann ich das hier auch irgendwo schicken? Nee. Sei still. Okay. Dann nehme ich mal wieder die Pistole. Wenn keine Soldaten mehr da in der Nähe sind. Sonst muss ich halt dann nochmal weg. Ah. Jetzt kommen die kleinen Viecher wieder. Stirbt doch endlich. So. Jetzt noch die anderen zwei. Der eine glitscht mal wieder durch die Luft. Und der ist dumm. Okay. So. Äh. Wo geht es denn hier weiter? Erstmal hier in die Runde. Okay. Da ist nichts mehr. Ah. Hier ist noch eine Treppe. Mal schauen. Wo es hier hingeht. Mein Teil ist eine Rea. Okay. Da hat es noch HP. So. Äh. Hier drin scheint nichts zu sein. Ah. Jetzt bin ich unten in dem Raum. Okay. Okay. Da ist auch nichts mehr. Hier kann ich noch irgendwas. Ich muss erst mal noch die zweite Power Unit einschalten gehen. Also dann hier die Treppe noch weiter runter. Und mal gucken gehen. Ah. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt abschießen soll. Das bringt glaube ich nichts. Ah. Ah. Guck mal an. Da haben wir ja schon den netten... Hey. Die blocken mich. Autsch. Okay, vermutlich muss ich, ah, so, die Pumpe sollte jetzt das Wasser ablassen, gehen wir mal so lange her auf die Pumpe drauf, damit die kleinen Fische mich da nicht reißen. So, die Pumpe sollte eigentlich wieder funktionieren, das gehen wir gleich mal überprüfen, ob das auch so ist. Ah, jetzt geht's, okay, taugen, oh, okay, schnell da durch, so, und da kommen auch schon wieder die ersten Soldaten, oder zumindest habe ich welche gehört. Egal, gehen wir mal hier hin, ah, das könnte sein, dass die jetzt gleich wieder, ach so, ja, genau, die kommen ja dann, kommt da, eine down, jetzt, zweite down, und die Lieferung geht wieder rauf. schnell mal speichern, oh, hier oben könnte es besser werden. Gibt's noch ein Überlebende? Da hinten vielleicht, ah, irgendwo ist noch einer. So, lebt noch einer? Ja. Komm her. So. Ähm, jetzt habe ich glaube ich alles hier gemacht, dann können wir zurück. Okay. Hier noch schnell das Zeugs einsammeln, die Mine einsammeln, hier unten hat es noch HP gehabt, glaube ich, etwas weniges. Ja, klasse, 1 HP. Hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, aber egal. Äh, ich glaube es ist schon wieder Zeit, bevor wir jetzt weitergehen und die, den größten Mob killen, mache ich mal Pause und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Aufzack. Aufzack. Aufzack.